Burundi steuert auf einen Bürgerkrieg zu. Davor warnen Menschenrechtler und Kirchenvertreter in Burundi. Auslöser für die Krise ist der burundische Präsident Pierre Nkurunziser, der sich entgegen der Verfassung im letzten Jahr ein drittes Mal wiederwählen ließ. Über die Hintergründe des Konflikts und über die Rolle der Kirche dabei habe ich mit dem burundischen Erzbischof Simon Mtumuana gesprochen. Herr Erzbischof, Menschenrechtler, Kirchen- und UN-Vertreter waren immer wieder vor einem Ausbruch eines Bürgerkriegs in Burundi. Wie würden Sie die aktuelle Lage im Land beschreiben? Es sind ja viele Versuche, die schon gemacht worden sind. Die einen besser als die anderen. Und wieder mal heute sind wir in dieser Krise. Und für mich ist diese Krise auch eine Krise, die nicht wie sonst ethnisch gruppenweise zu interpretieren. Es geht um die Armut der einen, um die Gier der anderen, die etwas in ihrem Leben wünschen zu haben. Und leider kommen sie nicht leicht und gerecht dazu. Seit der Wiederwahl von Pierre Nkurunziser, dem Präsidenten, spitzt sich die Lage immer weiter zu. Welche Chancen sehen Sie auf einen Dialog zwischen der Regierung und der Opposition? Der Dialog zwischen der Regierung und der Opposition soll tatsächlich stattfinden. Und für mich gilt der Dialog als der einzige richtiger Weg, der den Frieden nach Burundi zurückkehlen lassen könnte. Dieser Dialog sollte stattfinden. Dieser Dialog sollte tatsächlich einmal mehr Burundi als ein großes Land zeigen. Aber wenn wir einfach dagegen immer so stumm bleiben, werden wir noch viele Menschen umbringen lassen. Und dann umsonst. Der Burundische Präsident hat ja auch mehrfach betont, die Bischöfe sollen sich nicht in die politischen Belange einmischen. Sie sagten, wir dürfen nicht stumm bleiben. Wie verhalten Sie sich gegenüber dem Präsidenten und solchen Forderungen? Die Kirche in Burundi hat überhaupt keine Politik getrieben. Überhaupt nicht. Aber wenn die Würde des Menschen, wenn die Gerechtigkeit nicht mehr sichtbar ist, dann ist ja die Pflicht der Kirche doch ein Wort zu sagen, bitte. Vor dem Konflikt sind ja bereits hunderttausende Menschen geflüchtet, sowohl in die Nachbarländer als auch innerhalb des Landes Burundi. Was tut die Kirche im Land und speziell auch ihre Diözese Gitega für die Menschen auf der Flucht? Wir fühlen, dass wir, ja, dass wir unsere Brüder und Schwestern nicht zu Hause sind. Und wenn es ja uns gelingt, möchten wir auch, ja, mit der Aktion der Caritas Burundi in diesem Jahr zu diesen Menschen doch, ja, gehen und dann ein kleines Gebärde dadurch ihnen machen. Wir sind ja jetzt aktuell auch als Gast der Diözese Eichstätt hier in Deutschland. Sie haben eine langjährige Partnerschaft zwischen Gitega und Eichstätt. Was können die Menschen denn hier in Deutschland konkret tun, um die Menschen in Burundi zu unterstützen? Zuerst sind die, ja, die Zeichen der Brüderlichkeit im Gebet. Wenn man noch ja so konkreter sein möchte, ja, geht es darum, dass wir, ja, dass wir in diesen Camps, sei es in Rwanda, sei es in Tansania oder dann noch bei sehr kleinere Gruppen in Sambia, wie ich ja gehört habe, oder in Uganda, sind viele Flüchtlinge, die überhaupt ja nichts haben. Besonders ihre Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen können, ihre Jugendlichen, die die Universität verlassen haben. All diese Personen brauchen tatsächlich also eine Gegenwart, die ihnen ja eine kleine Hoffnung anbietet. Es wäre gut, wenn es ja möglich ist, etwas für diese Schüler und Schülerinnen, für diese Studenten und Studentinnen, ja, die Fortsetzung des Studiums anzubieten. Vielen Dank für das Interview, Herr Erzbischof. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.